Das war der passende Beginn für die Aufnahme, guten Tag. Salam alaikum, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Salam alaikum. Alaikum alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum alaikum. Alaikum alaikum. Alasalam alaikum. Genau. Salam alaikum. Alaikum salam. Sven, wähl was aus. Ja, sonst ist aus die Lause. Kenny Fe... Ah ja, die hast du nicht. Bastard, Alter. Die hat wieder in den Arsch fliegen. King of the Hill, ich hasse es. Mashallah. Wie viel? Sie ist tot. Genau, wie in Druxxus. Ah. Erstmal einen ganz entspannten Triple-Kill rausholen. Quadrui-Kill. Alter. Very good, my friend. Ey, Mann. Warum sind immer keine Männern der Nähe? Oder? Hmm, 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 hmm. Oha. Wahrscheinlich, wie weit geht das? Ja. Hinter. Die ist schon tot. Uff. Bin gestorben, wie geht das denn? Mensch, Mann. Putz, Digga, wahrscheinlich. Was war das für ein Trex? Was ist ein Fenster rausztappen, ah? Warum? Musst du das Aufnahmefenster schließen? Oha, wo kriegst du so viel Schein? Digga, was war das denn? Das ist der Octavia's Ulti. Die Olle. Der ist hier der Buster. Oha, hinter uns. What the fuck? Hä? Der sieht mich. Ich unsichtbar bin. Und so. Nein. Bro. Digga. Nein. Wahrscheinlich ist er nicht durch mein Teil gestorben. Was schon, ne? Digga, wahrscheinlich, Digga. Ulti verkackt, geil. Ja, wo ist die Hexte? Wahrscheinlich war das kein Schöpfleger mehr. Egal. Digga, wahrscheinlich, Digga. Wrensohn. Digga, wahrscheinlich wollte ich mich. Alter. Guck mal, richtig die ganze Zeit von zwei Seiten. Fuck. Ekligen Huren-Söhne. Uff. So viel Eier-Grutsch von ihrem Papas. Oha, wie toll der ist? Was? Digga, der hat so viel geschluckt, ne? Oha, oha, oha. Digga, was geht dir zum? Digga, wieso sehen die alle durch Schild? Digga, was ist das für ein Schild? Digga, warum ficken die mich alle? Digga, was ist das für ein Schild? Spiel die wie Jesus? Nein. Das kann nicht sein, Digga. Warum zählt fast kein Ulti von mir? Ich bin so oft gestorben schon. Boah, Alter. Oha, die Bombe hat uns gefragt. Die hat auch gegräumt. Ja, gar nichts. Ja, das ist einfach hin. Einfach, einfach, einfach. Ganz einfach. Du musst einfach nur was sagen und es stimmt. Ja, der Vater fickt dich in den Arsch. Guck, jetzt kommt der Vater in den Raum und fickt ihn in den Arsch. Nein, schau. Papa! Boah, Alter. Zieh dich schon mal aus, ich komm gleich. Ich hab's bald. Tja, der Jingskin kann kommen. Keiner kann hier kommen. Deine Mutter kommt. Und in neun Monaten hast du Schwester. Das ist schon zu wild. So, ich krasier jetzt hier alles. Einfach Holo Glurak. Wie kann man Octavia jetzt schon auf 23 haben? Einfach Holo Glurak. Normal. Also, die Karte geil. Krieg zwei Evolutions, nicht mal ne Holo. Er zieht einfach erste Speck Holo Glurak. Ein, ein, ein Evolution Pack. Direkt ne Holo Glurak. Teuerste Karte aus dem Set. Nice. Oha. Einfach 5000 Euro Karte im PC-10. Boah. 5000 Euro. Einfach für ne Papierkarte. Wo, wo ein Drache drauf ist. Der ein bisschen leuchtet. Glurak ist ja einfach nur ein Drache, bruh. Ein Fabelwesen. Aber ich schwör, ich hasse Drachen. Äh, wenn du willst, kannst du mir auch die Karte geben. Kein Problem. Nimm die auch gern ein bisschen. Ne, ne, verkauf, ich verkauf die ja. Ich kauf die, die für 5000 Euro ab im PC-10. Hier kommt der Money. Hier we go. Money Talk. Hier kommt der Money. Money, Money, Money. Hehehe. 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 Überweis. Hehehe. Na im Moment sind die... Oha, Digga, was machen die mit uns? Hey Digga, warum schmeiß ich die dann? Digga, wieso kann ich mich nicht zurück zum Aim? Hehehe. Digga, diese Octavia fuckt mich komplett ab. Die geht nur auf mich, die dumme Hofer. Die steht da einfach in der Ecke und versucht mich zu killen. Das ist dieser Grog, ne? Der Grog macht unnormal Fischer an. 4-2. Ja. Sind die da alle in der Mitte? Ja. Das sind viele. Bei mir ist einer. Ey Digga, ich fick mal den. Ey Digga, jetzt muss ich auch noch nachladen und jetzt kommt noch ein Bastard hier durch. Oha Digga. Betreibe mir komplett. Was? Oha. Digga, was passiert da? Ich kann ja absolut nichts machen. Digga, hier in dem Raum. Hier passiert nicht nur Karma Sutra. Digga, das kann die sich eigentlich ansichtbar machen. Oha Digga, komm. Digga, woher kriegt der Heilung? Ja. Oha. Digga, der keimt jetzt ab. Dummer Bastard, Alter. Guck mal, wie du ausgehst. Fisch kaum. Digga, dieses ist geil. Ich hab Heilung. Ja. Digga, der ist so laut, ne? Oha. Der ist bei mir, der keimt mich. Komm, kriegst den. Oha Digga, wieder hoch, wieder hoch. Du kriegige Hure, heißt. Ich hab ihren Vater gefickt. Alter, ja. Ja. Genau. Digga, wie viel Schaden es denn gerade kassiert hat? Ich weiß nicht, wie ich gestorben bin, aber... Im Teleportchen. Von irgendwo drei Jahre Schaden kassiert. Von irgendwo drei Jahre Schaden kassiert. Von irgendwo drei Jahre Schaden kassiert. Wurde... ...Sky-Oden-Ult ist nicht. Ich habe nicht mehr angerechnet. So viel Schaden war. Und verscheißt. Und stirbt. Schlag. Alter. Sky-Oden-Ult ist nicht. Bei mir kommt der Octavia. Dummerhofer. Können wir eigentlich nur 70 Punkte haben? Kann man. Sky-Oden-Ult ist nicht mehr so weit weg. Oh Herr Maschala... Was ist das? Sogt die Octavias-Style. Dummerhofer... Du bist dich jetzt, du fette... wie ich abgefuckt werde ich werde die ganze zeit von crock und von octavia geht fokus dinge ich meine das war ja nicht ironisch oder so was er ist schön war mir habe ich mein holo ich weiß gar nicht wenn man spielt was es war so ekelhaft hat man stehen weiter ich habe mich zu papi zu papi tschu papi mu nian zu papi mu nian ist schon fast tot komplett low ich glaube in der runde mache ich über 200 schaden und digga furia ballert ja jetzt schon ich wollte ja das ist nicht gut muss ich sagen penta war auch noch penta kircher penta gegen wann habe ich das letzte mal penta klingen erfolgserlebnis jetzt kann ich sterben das macht ja spaß sie zu rasen hier ist komplett ist kann ich auch blind spielen jetzt sterbe ich war ich kann nicht erkannt ja guck mal dina zugang hat dabei kann weitergeführt werden komm komm und läufst du du bist du bist da läuft einfach weg so ihre los die reiten hier alle rum die kommen gar nicht mehr raus jetzt der hat sich angejacket schlingel